Mökhan, schnell, steh auf! Was denn los? Heute haben wir einfach lange Autos vs. Reverse Bombs. Das bedeutet, dass wir hier einfach nicht heute Hügel haben, sondern hier geht's jedes Mal ein bisschen steil nach unten, Freunde. Und es wird immer schwieriger. Und zwar sind wir hier schon bei Level 2, hinten gibt's dann Level 3 und es ist auf jeden Fall heute ein richtig krasser Parcours am Start, Freunde. Und wir müssen heute probieren, bis hier ins Ziel zu kommen und der Gewinner bekommt dann heute auch einfach 1.000 Euro. Zeig mal dein Rallym-Wiekel, Mökhan, was du bekommst. Und? Ich kriege hoffentlich auch was du hast. Und? Oh, guck mal hier, ich hab so krass ein Jeep, Alter. Ich hab echt direkt so eine lange Limo bekommen, so einen langen Wagen bekommen. Ich weiß, sieht ganz schön lang aus, ne? So, jetzt, guck mal hier, ich komm mit meinem Jeep jetzt hier. Level 1, zack! Ja, Level 1 schon mal überschritten, Leute. Neuer Checkband freigeschaltet. Also, das war doch, also... Ja, gut, war aber auch Level 1, ne? Also, Level 1 war wirklich einfach... Oh, oh. Du machst es sogar rückwärts. Oh, ich spring kurz auf die Yacht hier runter, ne? Ich geh kurz mal bis zum Boot fahren, Leute. Und zack! Bei Level 2 gespawnt. Und, äh, ja gut. Also, das wird auf jeden Fall nicht, äh, bei dir genauso. Das wird auf jeden Fall nicht als fahrt funktionieren. Aber, guck dir mal mein richtig cooles Jet... Hast du noch ein cooles Schneemobil? Das ist ein Jet-Schneeski oder so. Ey, ey. Hallo, ohne Flugzeuge. Ja, ich krieg hier den Flug... Oh, Alter, okay. Da hat direkt das heftigste Gefühl. So, ey, ist nicht so einfach, sag ich, dass das... Hä? Ich guck dir zu. Warte. Hallo, nicht lachen. Was denn? Ey! Ey! Alter, hab ich das gemacht? Ich hab's gerade geschafft. Ey, jetzt häng ich hier fest. Ne, ich war hier schon oben drauf. Ich war schon so... Okay. Nächstes Ding hier. Mal gucken, schaffst du's mit deinem Ding? Alter, was? Du fliegst dir gefühlt, direkt rüber. Äh. Oh, ich hab's auch geschafft. Mit Frontflip. Ins nächste bin ich hier. Ähm. Äh. Das hat leider nicht geklappt, Freunde. Äh. Wo bist du? Ne, das... Ich komm out. Nein. Das ist sehr schwierig. Oh Gott, du schaffst es. Ich muss raus. Na toll. Dann neues Fahrzeug, Freunde. Hier, mit Lightning McQueen. Hab ich einen sehr, sehr... Alter, ich glaub's ja nicht. Guck mal links, Dick. Oh mein Gott. Die, 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 die. Er kriegt nen Drachen, Leute. Guckt euch mal den Drachen an. Alter. Wo bist du? Warte, warte, ich komm, ich komm, ich komm. So. Haben wir ja schon mal den nächsten Checkpoint automatisch freigeschaltet. Mal gucken, ob ich hier... Oh. Lightning McQueen. Oh. Schneller. Oh, Star. Dein Schatten. So, warte. Oh, warte. Ich helf dir. Alter, du bist einfach runter... Ich bin durchgeflogen. Oh nein. Oh mein Gott. Das war... Also, was du mit Lightning McQueen machst, ne? Der hat mich kurz einfach übernommen. Okay. Level 3. Und... Uuuuuh. Ah. Tschüss, Drache. Na, was kriegst du jetzt im Fahrzeug? Alter, du hast Texas-Reifen. Ja, Mann. Äh, Fahr... Ha. Und du hast nen... Einmal wird recht ranfahren. Down in Texas. Oh Gott. Ey, nein, mein Auto ist zu groß. Ein Plastikreifen. Ich hab nen Bobbycar, mein Freund. Hey. Also echt. Gut, das war's mit meinem Bobby. Also, mit meinem Auto hätte man das irgendwann nicht machen können. Mit meinem auch nicht. Dann ins nächste. Oh, das ist doch schon mal ein bisschen... Hä? Alter. Hä? Hä? Haben wir dasselbe? Oh. Okay, wichtig. Oh. Wichtig. Backflip. Nein. Als ob. Hast du alles? Hä? So gut wie. Glaube ich. Okay. Okay, also sehr schwierig grad. Ich muss sagen, sehr, sehr schwierig. Ich komme einfach nicht rüber, leider. Das klappt leider nicht. Ich bin mit Motorrad ins Wasser. Alter, du kriegst einmal ein Motorrad. Das ist ja voll krass. Ja, aber das ist nicht cool. Guck mal hier. Ich hab das wirklich anschlungen. Warte, das zählt nicht. Das zählt nicht. So. Und? Naja, gut, okay. Und? Das. Kommst du mit deinem rüber? Nee. Hä? Was ist das denn hier? Mit dem bin ich aber hier eben rübergekommen. Ich bin rübergehüpft oder so war das. Okay, dann... Mit welchem? Mit meinem Auto. Ey, ich krieg das Schneeimobil schon wieder. Kann nicht sein. So, jetzt hier. Oh mein Gott. Was hab ich denn? Alter, ich hab ein Cyberpunk. Oh mein Gott, du weißt, wer jetzt Auto ich hab. Oh mein Gott, ich hab ein Cyberpunk. Ja. Ja. Nein. Das zählt doch nicht, ey. Was hast du für eins? Nein. Du kannst hüpfen. Ich muss hier. Oh mein Gott, Alter. Alter, du hüpfst da einfach rüber, ne? Ja. Ist das frech. Okay, dann zeig ich, was du drauf hast. Aber... Mhm. Tag. Hä? Hä? Maa. Das war verbargd. Ja, okay, dann darfst du nochmal. Machs nochmal. Also, das war echt verbargd, weil ich... Ich hab's gesehen, ja? Das ging nicht. Okay, ich krieg ja echt nur schlechte Autos. Ich kann mal nicht mal so viel Anschwung. Komm. Zeig mal. So, und... Ja, guck. Oh, clean. Was ist das hier? Hier musst du auch rüber springen. Schaffst du das? Na klar, easy. Okay, das will ich jetzt sehen. Jetzt musst du hier... Wenn du jetzt rüber springst, haben wir nur ein Checkpoint freigeschaltet, ne? Bitte, bitte, bitte für den Checkpoint. Für den Checkpoint. Oh, was? Oh mein Gott, war das knapp. Das aber auch knapp. Fasted Checkpoint. Huch. So, Level Nummer 4. Random Vehicle. Hä? Oh. Haha. Was ist das denn? Aber es kann nicht fliegen, ne? Es kann halt nicht fliegen. Ich weiß es nicht. Ne, es fährt nur. Es kann nicht fliegen, Leute. Wir brauchen schnelle Autos, Leon. Ich hab's grad gesehen. Wow. Ich bin rübergeballt. Ich hab's gesehen. Okay, kein Problem. Ich fahr weiter hier, zieh mit dem Ball. Alles gut hier, Leute. Kein Problem. Oh mein Gott. Und... Ey, was? Er bremst mich ab. Er bremst mich in der Luft ab. Hä? Nein. Wir wurden korrekt. Und ich bin rausgeworfen worden aus der Kugel. Er bremst mich einfach ab, Leute. Das ist ja richtig frech. Okay, das ist nicht so schwer. Ne, der erste ist echt nicht so schwer. Komm. Random Vehicle. Oh, zieh was richtig krasses, Freunde. Oh, Monster Truck. Aber ich glaube... Oh, oh. Der ist nicht gut, Futter. Für überall anders wäre er gut gewesen, Futter. Oh mein Gott. Soll doch, ist gut. Oh nein. Was hast du bekommen? Ey, ich fall hier grad runter. Fuck es dir an jetzt, Leon. Monster Truck. Okay. Warte, ich steig aus. Wo bist denn du? Hä, was ist denn das? Hä? Ey. Hä? Ist das Joker-Mobil? Warte. Ja, ist das Joker-Mobil? Ähm. Ja, ist das noch nicht vorbei. Okay. Hä? Ich glaube, es ist vorbei mit dem Ding. Sag sowas nicht zum Joker-Mobil. Was? Was? Also, okay. Nein, es hat zu viel Power. Es hat zu viel Power. Ich probiere es hochzugehen. Spawne ich mir mein neues Random Vehicle. Und das... Ey, ich hab schon wieder so ein Auto mit hohen Rädern, ne? Was ist denn heute los? So. Heute ist der Tag der hohen Räder. Ich glaube auch. Guck mal, jetzt. Jetzt bin ich hier schnell am Start, Leute. Ich fahr grad die Wand da oben. Geh, schnell. Ey, der... Was? Ey, ich bin... Der bremst mich in der Luft beim zweiten. Das ist voll unfair, Mülkern. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ist er so Brems-Dings? Ja. Jetzt hab ich aber... Jetzt hab ich schnelles. Ich seh's. Jetzt hab ich ein schnelles, Leute. Gib einfach mal Gas. Ich bin trotzdem drüben. Ich hab's. Was? Wir haben ein Joker-Mobil. Gib einfach Gas. Einfach Gas geben. Guck mal. Ähm. Okay, warte. Warte. Ha. Ha, ha. Als ob du auch so ein Auto hast. War meint es besser. Tschüss. Ja. Und meint es bei der Fünfe jetzt angekommen. So. Ja, das stimmt. Neues Fahrzeug. Random Vehicle. Und... Uh. GTA. Ja, mach's gut. Geht ja, Fahrzeug. Uh, wie gut. Ähm. Alter. Was hast du? Hä? Oh. Kriegst du... Äh. Ähm. Äh. Äh. Das hat ja nicht so besonders gut geklappt. Nö. Okay, komm. Jetzt muss ich hier mal... ...ein bisschen Glück haben. Oh mein Gott. Es ist nicht dein Ernst. Ich dachte, du wärst doch nicht schwer. Aber es hat nicht geholfen, ne? Oh mein Gott. Hat's geholfen? Nein. Ich bin fast rübergekommen. Niemals. Aber nur ganz fast. Oh, boah. Anschwung. Ich kann aber nicht hoch jetzt, leider. Anschwung. Ne. Also das Auto... Die beiden kann man auf jeden Fall vergessen jetzt hier. Das kann weg. Und das kann weg. So. Neues Fahrzeug. Alter, du hast auf jeden Fall fett Anschwung, ne? Ich seh's schon. Nein. Oh mein Gott. Okay, ich hab hier ein gutes. Glaube ich. Und? Nein. Und? Wie schwer. Äh. Was für ein gutes Lowrider. Ja, der kann ja springen. Aber das ist schwierig da vorne jetzt, ne? Oh. Ja. Hallo? Wo bin ich? Was? Ach so. Du warst kurz in meinem, äh... Im Helikopter oder im Flugzeug. Hä? 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 Okay. Du wusstest, du warst, aber... Let's go! Ich hab ne Special Edition. Ne, ich hab ne Special Edition. Oh mein Gott. Ja. Die beide haben ne Special Edition. Ja. Ja. Hey. So. Ich bin um! Hä? Ist denn das jetzt geschafft? Frag nicht. Frag nicht. Wie hast du denn das jetzt bitteschön gemacht, hä? Mein Auto, wenn ich über ein Hindernis rüberfahre, lehnt es, fährt es nach vorne weiter irgendwie. Okay, äh. Kann das vielleicht... Ich hab hinten... Ich hab hinten... Ja, aber wenn da eins nach vorne fährt, vielleicht kann man eins ja nach hinten fahren oder so. Oh mein Gott. Tatsache. Ich bin auch drauf rum. Äh, und jetzt? Muss man hier zu fahren? Bitte. Es ist das Ziel hier. Oh mein Gott. Nein, 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 ich bin vorbeigeflogen. Du musst unbedingt zu mir einmal. Du hast es geschafft, ich sehe es gerade. Tatsache Tag. Nein, der stammt in die 1000 Euro, Leute. Aua. Mirka, was machst du da? Hör auf zu tanzen. Uh, uh. Hä? Ich dachte, ich bin im Sommerunterricht. Nein, heute ist kein Sohn-Unterricht, denn heute müssen wir auf die Dangerous Road. Und zwar ist es einfach eine richtig gefährliche Strecke, Leute, die losgeht mit Level 1. Das ist noch ganz einfach, Level 2 und später sogar noch bis zu Level 10 einfach. Und wir müssen mal probieren, bis ganz zum Ende zu kommen, Leute. Und wenn wir das heute schaffen, bei dieser absoluten gefährlichen Strecke hier bis durch zum Ziel zu kommen, dann bekommt der Gewinner einfach 100 Euro. Oh, zeig mal, was du drauf hast, Moika, mit deinem random... Guck dir meinen Mob-Roller an. Pam, Scooby-Doo-Bidoo. Ey, das ist echt ein Scooby-Doo-Truck. Natürlich, Mystery Machine. Okay, also, Level 1 haben wir schon mal geschafft. Ne, 10 Punkte, das sind keine Level, das sind Punkte, guck mal. Oh, Sturmbann sammelt Punkte. Oh, Alter, mich hat es voll weggepfeffert. Ich habe mich wohl gerade von Scooby-Doo rausgeworfen. Tschüss. Wie du schummelst. Du schaffst es oder was? Jo, ich habe es geschafft. Ja. Hä? Da ist... Oh. Jo. Ähm, du warst so kurz davor, es zu schaffen. Tja, dann geht es mal rein ins... Ey, das gibt es nicht. Hä? Hä, was ist denn das? Hä? Das ist eine Straßenbahn. Ich fahre kurz zur Straßenbahn. Mal gucken. Ah. Ha, 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 ha. Hä? Okay. Also, ich jetzt auf jeden Fall hier... Das ist für mich ja gar kein Problem jetzt hier, ne? Oh. So. Äh. Alter, ich bin gerade fast runtergefallen, ne? Ich habe es gesehen. Und ich dachte, dann wäre es runtergefallen. Mega knapp. Ey, du musst es für uns holen. Ich komme nicht drüber. So, hier, Alter. Ich muss an allen Sachen vorbei. Guck mal hier, ganz entspannt. Alter. Das ist ja nicht so einfach hier, wie es aussieht. Aber diese Punkte sind trotzdem Checkpoints, ne? Uff. Ja, ja, es sind trotzdem Checkpoints. Und wir müssen nicht jedes Mal von vorne anfangen. Okay. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es aussieht, ne? Also, irgendwie ist es hier schon ein bisschen immer am Rumbaggen und so, ne? So. Hä? Wieso fährst du nicht einfach außen rum, wenn es die Möglichkeit zu schummeln gibt? Hä? Oh, so. Ich habe es geschafft hier. So, komm hierher. Level 2. Ich komme. Und zack. Mal gucken, was ihr jetzt als nächstes Fahrzeug bekommen. Hoffentlich irgendwas richtig gra... Söss. Alter, ich bin Toastbrodman. Das ist echt so ein Toastbrot-Auto. Was ist denn das, Alter? Brot! Was? Wow! Ich bin so Kakteen. Aus dem Weg. Nein! Nein! Ach, Mann! Hä? Wie soll man denn... Hä? Wie soll man denn hier rüberkommen? Oh, Gott. Hey, das gibt es nicht. Ähm, das könnte, glaube ich, schwierig werden. Hä? Ich habe keine Ahnung, warum es nicht klappt. Es klappt einfach nicht. Okay, komm schon. Okay. Ich bin's. Also, mein Auto ist aufgespießt, leider. Gerade. Reifen sind geplatzt. Ich muss leider kommen zurück. Ich bin Heisenberg. Mit dem Wohnmobil. Oh mein Gott! Mit dem Wohnmobil. Hä? Hast du alles kaputt gemacht, oder was? Ich bin einfach... Ich habe aber alle Kakteen kaputt gemacht. Oh nein! Alter, hier warst du kaputt. Hier warst du kaputt? Ja, ja, das ist nicht gut. Ich warst du kaputt. Es gibt keinen anderen Weg rüber. Äh... Und mein Auto steckt fest. Ich brauche Hilfe, bitte. Das ist natürlich ein Problem von dir. Alter, guck mal. Ich habe jetzt ein richtiges Snoop Dogg-Auto. Richtiges Tupac-Auto. So, Leute, hier. Ich bin ein richtiger Hip-Hop-Rapper. Ey, aus dem Weg hier. Ich habe einen großen... Oh! Ähm... Alter, wie soll man denn da jetzt rüberkommen? Soll das funktionieren? Äh... Keine Sorge, ich habe ein James-Bond-Auto. Ja, ich habe eventuell ein kleines Problem gemacht. Wieso? Ich wollte ein Auto kaputt machen, aber irgendwie habe ich was anderes getroffen. Guck mal. Was denn? Ähm, ich kann das erklären. Das ist alles kaputt, oder? Ähm... Ja... Irgendwie sind alle Sachen kaputt. Gut. Ich habe ein fliegendes Auto. Ja, ja. Ich habe mal übersprungen jetzt hier gerade, Leute. Also da... Ey, jetzt habe ich gerade ein fliegendes. Okay, das... Ich nutze es jetzt dafür. So, wir überspringen nicht. Aber warum überspringst du, du Schummler? Ich überspringe nicht. Ja, aber ich habe auch geschummelt. Ich habe alles kaputt gemacht. Fliegendes bekommen hier. So. Und jetzt... ...mit dem fliegenden, Leute, fliegen wir jetzt hier ganz entspannt rüber. Oh, ich habe ein Fake-Bugatti. Guck mal. Oh Gott, aua. Du bist ein Fake-Bugatti? Ja. Wo bist du denn überhaupt? Alter, du bist ja am... ...fahren, oder was? Ich bin schon hier. Nee. Bro. Was? Hä? Was machst du? Warum machst du das? Hä? Warum schummelst du gerade so? Ich fahre jetzt kurz mein fliegendes Auto nach hier oben. Level 2 haben wir geschafft. Das werden wir auch... Ich erlaube es dir. So. Nee, nee, nee. Level 2. Ich hole mir jetzt ein neues Fahrzeug. Das war gerade noch das von eben. Und jetzt... Alter. Easy. Leute, easy. Mit dem Ding komme ich hier überall rüber. Na, wo bist du denn bekannt? Ich bin hinter dir. Irgendwo zu sehen, ha? Sehe ich nämlich gar nicht. Hä? Hä? Wie soll man denn hier rüberkommen? Alter, was hast du denn? So? Der Kran-Man kommt. Ich kann das auch irgendwie... Ja, es sieht ja super aus, wie der Kran-Man angekommen ist. Bro. Alter, warum war das so leicht, dich ohne zu schubsen? Du bist so ein... Ich hab keine Ahnung. Warum? Warum hast du das? Also leider, mein Auto schafft es leider nicht. Ich brauche ein neues. Deswegen bin ich zurückgekommen. Das könnte vielleicht mehr erbringen. Mach's gut. Hier spricht das LSPD einmal bitte rechts ranfahren. Niemals, niemals. Sie kriegen mich niemals. Dann dürfen wir dazu bewilligt, sie überfahren. Ja, hat ja aber nicht so gut funktioniert, ha? Okay, wie funktioniert das jetzt hier? Äh. Ah. Okay. Äh. Aus dem Weg. Aus dem... Oh. Ach. Äh. Achtung. Ey. Achtung. Das schaffst du nicht. Alter, halt's auf. Ich bin ein absoluter Profi. Sag's dir doch, wie's ist. So. Ich werde aufpassen, wenn ich tu wär. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Alter. Alter, jetzt ist hier... Dieser Deckel ist hier voll im Weg. Oh mein Gott, ja. Ja. Ich muss hier nur... Ich muss hier drüber kommen. Ich muss hier nur ganz leicht... Komm schon. Nein. Bitte. Bitte. Bitte, komm schon. Guck dir bitte mein Porsche an. Ich hab den noch nie gesehen bei uns. Okay, warte. Jetzt schaffe ich's, Leute. Jetzt schaffe ich's. Niemals. Ja. Okay. Damit. Ey, warte mal. Hier ist noch ein Burger-Dings vor mir. Darf ich? Du siehst ja mein Auto nicht. Darf ich mein Auto für das nächste behalten, wenn du's geschafft hast? Ähm. Weiß ich noch nicht. So, auf jeden Fall bin ich jetzt hier bei Level 4. 4 Möcke an. So. Okay, ich sag dir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Level schaffe mit so einem kleinen Baby-Mobil. Guck dir mein Auto an. Hey, wow. Wo bist du? Was ist denn das für ein Ding? Bro, ich hab einfach so ein Ratten-Auto. Alter, was ist denn das für ein Teil, Leute? Sag, kein Zaun. Und ich darf's behalten. Ja, zeig, was du's drauf hast. Tschüss. Ähm. Perfekt. Ähm. Let's off. Oh. Ich bin in meinem Fahrzeug jetzt gerade. Ich bin runtergefallen. Hier unten eingesperrt. Und ich komm auch nicht mehr hoch. Ey, verdammt. Wo bist du eingesperrt? Bro, was ist das hier? Was ist das hier? Hä? 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 Hier ist einfach Standard-Skill. Warum bin ich da und warum ist Max und Philipp da? Warum bist du da, Möcke? Äh, was ist da? Du liegst mich hier. Äh, unglaublich. Bro. Oho. Okay. Rein ins Disneyland & Weakle. Und wir machen jetzt auf jeden Fall alle hier stolz, ne? Also, oh Gott. Das kann was werden. Was? Was bist du? Äh. Nee. Stark, stark, stark. Das war sehr stark. Ja, ich wollte auf jeden Fall nicht, äh, dich runterwerfen, ne? Das war auf jeden Fall nicht meine Idee. Nein, natürlich nicht. Deswegen werde ich dich jetzt auch nicht runterwerfen. Hier, jetzt komm schon. Richtig Gas geben. Aus dem Weg. Hä, aber wie soll man jetzt da rüberkommen? Ich muss mal Raketenwerfer aus der Hand nehmen. Höh. Alles kaputt. Och, verdammt. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Ich hab eventuell das Fahrzeug, womit ich rüberkomme. Ehrlich? Warte. Ja. Willst du es kommen? Wo bist du denn? Höh? Ja. Hat super geklappt mit dem Fahrzeug, mit dem du eventuell rüberkommst. Ey, jetzt hab ich jetzt ein Boot bekommen, Leute. Ey, der James Bond Auto hat die schon. Was kriege ich jetzt nicht für Autos, Leute? Die hatte ich ja alle schon. So, jetzt aber hier. Komm schon. Ich probiere etwas. Ich probiere etwas. Und was ist das? Kannst du hochfahren, oder was? Fast. Ich komm bis zur Hälfte. Bis zur Hälfte? Wow. Ja. Guck mal hier. Gar kein Problem, Kollege. Was hast du für ein Auto? Höh. Nein. So knapp. So knapp. Ey, ich hab's fast geschafft. Was hattest du? Aus einem normalen Auto einfach. Okay, also das ist echt schwierig. Sacreblö. Sacreblö mit dem Baguette. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Sacreblö. Hä? Und? Und? Ähm. Hör mal auf, das Auto hier zu schwängern. Was soll das? Das war ich. Sonst kommt gleich noch ein Baby-Mobil vorbei. So, jetzt hier. Ah, perfekt. Wo bist du? Aus dem Weg. Nein, nein, nein. Ich fahr meins direkt runter. Tschüss. Au, ah. Au, ah. Ey. 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 Ey, das gibt es nicht. Was war das denn? Das ist unglaublich. Ey, du hast mich runtergeschubst. Und beim Ding. Das war richtig cool. Ey. Runter auf dem Auto. Yay. Ey, das war toll. Jetzt bin ich runtergefahren. Ja, ich auch. Okay, ich brauche ein neues Fahrzeug. Das hat eigentlich geklappt. Wir brauchen hier, glaube ich, ein Fahrzeug, was so, Alter, genau so was. Was extrem. Wie, welches? Boah, boah. Alter, Batman was is Joker. Ja, ja, ja. Batman, also bist du ein Joker-Mobil? Oh mein Gott. Was ein Zufall. Warte, oh, warte, warte. Geh mal weg jetzt. So. Er traurte, du willst dich nicht mit mir anlegen. Oh, da willst du mich, da willst du dich. Hey. Nein, das zählt nicht. Komm nach oben. Wir machen jetzt Joker. 3, 2, 1, go. Du hast keine Chance. Go. Wow. Was? Wow. Ich kriege mal alles drüber. Was? Ich schwöre es, ich bin direkt auf dem Checkpoint. Du bist genau auf dem Checkpoint. Ich habe es gesehen. Ich bin auf dem Checkpoint. Ja. Okay, damit haben wir den nächsten Checkpoint freigeschaltet. Und wir sind jetzt schon hier einfach bei der Hälfte, ne? So. Ehrlich schon? Aus dem Weg jetzt hier, ne? Ich zeige dir das mal. Alter. Lol. Wie liebens gedacht, dass ich hier noch rüberkomme. Ich kriege jetzt einen Monster-Truck. Oh, schade. Yo, ich habe das beste Auto der Welt, Alter. Das kann einfach über alles rüberfahren. Hä? Ja. Das fährt einfach über alles rüber. Und es hat... Und meins ist einfach richtig schlecht. Und meins hängt leider fest. Ich brauche leider ein neues, was halt ein bisschen besser noch jetzt. Okay, jetzt habe ich ein Kratzer. Das ist aber ein bisschen zu flach. Ich glaube, es ist ein bisschen flach unterwegs. Wo bist du? Oh, oh. Oh, no. Ich habe gewinnt. Nein. Nein, ey. Das darf ja nicht wahr sein, Leute. Okay. Was kriegst du jetzt hier? Was hast du für eins? Hä? Ich habe ein unsichtbares Motorrad. Also, ich habe in dem Fall echt jetzt hier gerade das perfekte Motorrad jetzt hier gerade bekommen. So, jetzt hier aus dem Weg. Ich auch. Ich habe auch ein Motorrad. Ich hatte das BMW-Motorrad. Nein, das zählt nicht. Das zählt nicht, Leute, dass ich hier runtergeflogen bin. So. Oh, 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 oh. Das Ding ist, es bringt dir nichts. Das zählt nicht, zählt nicht. Ich schaffe es eh jetzt. Wie soll ich es denn schaffen? Ich schaffe es doch hier. Guck. Wo denn? Hier. Durch an deinem Auto, welches da an den Stein hängt. Lol, das ist einfach ein Motorrad. So. Zack. Hier gehen wir auch easy drüber. Oha. Und er hat es geschafft. Guckst dir an. Er hat es geschafft. Ganz kurz eine Frage an dich. Möchtest du auch einmal schaffen? Was hast du denn? Ich habe ein unsichtbares BMW-Motorrad. Aber willst du auch einmal schaffen oder soll ich alles heute schaffen? Ja, ich schaffe das schon. Keine Sorge. Oh mein Gott. Ein Jaguar. Hä? Was ist das denn? Bro, dein unsichtbares... Guck mal. Warum hast du ein unsichtbares Motorrad da vorne geparkt? Alter, guck dir mal mein Fahrzeug an. Wo bist du? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist Sonic. Das ist Knuckles. Ja. Ey. Vorsicht. Aus dem Weg, ihr. Ich bin mit Sonic und Knuckles unterwegs. Alter. Danke dir. Alter. Alter. Möckern. Möckern. Oh. 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 Ich habe es gesehen. Ich liege aber noch. Alter. Ich habe es gesehen. Was sah das für eins? Okay. Also 70 Punkte auf jeden Fall für mich jetzt hier. Ey. Das ist das coolste Auto mit dem großen Reifen. Alter, das war richtig cool. Also ich habe auf jeden Fall noch nie so ein cooles Auto gesehen, was wir hatten. Boah. Okay. Alter. Alter, was hast du für eins jetzt? Oh, okay. Meins ist ja. Dein scheint aber nicht so schnell zu sein, ne? Oh mein Gott. Meins? Das ist dein E... Ja, okay. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Wieso? Ich habe es geschafft. Was? Bro. Nein. Nein, nein, nein. Nein, ich sehe dich nicht im Ziel. Ich fliege nochmal. Ich will nochmal neu fahren. Schnell. Ich brauche jetzt hier ein gutes Fahrzeug, Leute. Guck mal, ich habe es wirklich schon geschafft. Steig mal bei mir ein. Nein, glaube ich nicht. Ich habe ein normales GTA-Auto. Aber was ist das? Und ich bin im Ziel. Ich war als erstes im Ziel. Wo denn? Ich sehe dich hier nicht. Du musst einmal in mein Auto einsteigen. Real Talk, ich war im Ziel. Ich würde dich niemals anlügen lernen. Wo bist du denn? Du musst einmal in mein Auto einsteigen. Ich will dir dieses Auto einmal zeigen. Es ist ein normales GTA-Auto. Okay, warte mal. Ich komme. Okay, okay, okay. Aber ich war wirklich auch als erstes durch. Okay. Normales GTA-Auto. Ich habe dieses Auto noch nie gesehen. Es ist ein ganz normales GTA-Auto. Jetzt guckst du dir an. Was ist das? Hä? Bro, was ist das? Das ist das perfekte Auto auf der Welt. Bestes. Wo ist dein Auto? Meins ist hier. So, ich habe gewonnen. 100 Euro heute für mich. Na gut, ich glaube dir mal, Möker. Ja. Was geht ab, Broxo? Kasper, du musst also mit deinem BMX bis ganz nach hinten und kriegst du dann einfach 100 Euro. Ja, das habe ich auch heute gehört. Ich bin hier direkt schon gegen die Wand gefahren. Dafür sorge ich doch direkt mal, dass du es nicht schaffst. Na, kommst du rüber oder was? Alles gut. Ich brauche hier ein bisschen. Das ist lange her, dass ich BMX gefahren bin, du. Okay, das Ding ist, ich habe halt auch noch Waffen. Das heißt, ich kann schon Granaten auf dich werfen. Das schaffst du gar nicht, weil ich durchziehe. Oh mein Gott. Warte. Okay, was ist hier? Warte, warte. Ich muss... Nein. Okay. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. So, warte. Oh, ich ziehe voll durch. Oh nein. Oh Gott, nein. Nein. Bist du runtergefallen? Ja. Jawohl. Nicht schlecht, ey. Das Ding ist aber, die 100 Euro gehen an denen, der es zu R schafft, Kasper. Und du hast hier ein BMX-Profi am Start. Ich weiß, und das ist nämlich auch das Problem. Deswegen lasse ich dir auch gar keine Chance. Nein. Hau rein. Ich habe mich links gerade drüber. Ein paar BMX-Anser zu machen. Hä, aber geiles Auto. Was ist das für ein Auto? Ich kenne das gar nicht. Das ist so ein cooler Sportwagen. Oh, wo bist du überhaupt? Ja, so. Ich komme jetzt. Lachse. Hä, du ziehst ja schon voll durch. Ja, nochmal. Kurz ins Labyrinth durch hier. Da warst du eben auch. Hey. Ha, doch. Hey. Ja, was ist los? Hey. Ich hole dir meine Spezialen. Oh. Oh. Oh Gott, das ist sie gar nicht. Da ist sie. Hä? Hey. Jetzt hör auf. Oh mein Gott. Hör auf, die so durch sind. Hey, hör auf mit deinem Rang an hier. Ich mache es gar nicht. Ich glaube es ja nicht. Da bist du gefangen im Tisch gerade. Hör auf mit deinem Rang an hier. Ah. So weiter. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Ah. Ja. Ja. Wichtig. Wo ist mein Baby? Hier. Nein. Nein. Ja. Nein. Falsch. Oh Mann. Wichtig. Mann. Du schaffst das heute nicht so schnell. Sag mal. Okay Kaspar. Okay Kaspar. Für diese Runde darf ich jetzt nur Granaten benutzen. Ne. Das heißt. Du sagst ein bisschen so challenging. Okay. Ich muss jetzt gucken. Bist du schon oder gefallen? Nein. Ich sag gerade. Nein. Ich brauche nochmal zurück hier. Ja. Ich brauche nämlich mal ein bisschen Speed. Dann fang. Fang die Granate. Wie was zu fangen? Fang. 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 Fangen. Oh. Fang. Oh. Oh. Nein. Ah. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Pass auf warte. Verdammt ey. Die Granate werden die Füße weit. Ah. Jetzt aber. Oh die Granate kommt. Nein. Nein. Oh Gott. Ich bin nicht schnell genug. Ich komme dann glaube ich gar nicht hoch. Okay. Pass auf. Warte mal. Ich werfe jetzt schön eine Granate in den Pot rein. So, jetzt liegt es hinter dir! Nein! Nein! Dann sind die nicht direkt da drin! Dann kommst du nicht mal mit ersten Checkpoint! Oh, Broxo! Wie wär's denn mit ein paar Gasgranaten? Wär das was Schönes? Dann probier ich mich noch mit Gasgranaten zu holen! Oder? Nee, du hast schon genommen! Du hast schon genommen! Okay! Komm mal am besten, ich schieche voll durch! Weil das der Trick ist ja, die ich nicht mit den Gasgranaten zu holen, sondern mit dem Auto! Ja? Ja! Komm doch! Oh, was? Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Hä? Radel, Radel, Radel! Wo bist du? Radel, Radel! Du bist drunter gefallen! Radel, Radel! Radel, Radel! Radel, Radel! Broxo! Oh Gott, schnell weg! Schnell weg! Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich! Oh mein Gott! Hey, du bist so gut mit dem Exo! Oh! Oh Gott! Ich bin doch auf dir gelaufen! Oh! Oh nein! Ja! Jetzt ist die Zeit! So! Jetzt hab ich jetzt mal wieder schön ordnen! Und kann jetzt hier... Oh, ich kann es richtig abgehen! Hast du schon wieder rauf geschafft? Backflip! Ja, natürlich bin ich schon wieder drauf! So, hier bisschen das Labyrinth stolzieren! Zack, zack, zack! Hier bisschen Tricks machen! Wooppa! Nein! Das kann nicht sein! Du bist so genau da gerade runter! Deine Mondaube, Alter! Oh mein Gott! Okay, pass auf! Ich positioniere mich jetzt hier! So! Mhm! Mhm! Okay! Und jetzt hole ich meine Gasgranaten raus! Oh nein! Nein! Ich muss auch den Bus raus! Ich schmeiß ja die! Jetzt! Hier! Aha! Was ist? Aha! Ja, versuch doch mal da lang zu fahren! Ja, was ist? Was denn? Ah! Aua! 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 Nein! So! Tja! Was ist jetzt los? Guck mal hier! Ich muss nur noch hier rüber! Raycan, Raycan, Raycan! Raycan, Raycan, Raycan! Oh! Hey! So! So wie zum Thema Gasgranate! Hier! Das hast du nicht gemacht! Ey, nein! Nein, nein, nein! Ja! Oh mein Gott! Ich bin jetzt gerade so am durchziehen! Oh Gott! Oh! Oh! Alles gut! Alles gut! Ah! Ja, er brennt! Geh aus, geh aus, geh aus! Jawohl! Nein! Oh Gott! Ich bin ein Ghost Rider! Ja! Nein! Ah! Wie soll man da lang kommen? So, Kaspar! Bist du schon bereit? Ich sag, wie es ist, ne? Ich platziere ihn, wenn du so weiter wachst! Oh! Mein tolles Fahrrad! Nein! Oh Mann! Jetzt komm schon, ey! Ich hab dich hart da hinlegen! So nicht mit mir! So nicht! Pass auf! Ich sag's dir jetzt! Ich mach's dir nicht einfach! Ich mach's dir nicht einfach! Ich mach's dir voll Katastrophen! Triggidi-Miggidi! Dibidi-Dubidi! Dabidi-Zigidi! Dabidi-Durchgang hier! Weißt du nämlich, was? Ich glaub, ich nehm diese Runde! Was soll ich als Waffe nehmen? Soll ich mal ne Sniper nehmen? Ich würde ja dein Auto nehmen, wenn ich du wär! Oh yeah! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ja mach doch! Riege Sixty! Riege Sixty! Riege Sixty! Riege Sixty! Ey! Weg mit deiner Raygun! Bist du rausgekommen da gerade, oder was? Ey, Digga! Du ziehst ja übel durch! Mach doch nicht den mit mir! So, jetzt reicht's! Jetzt reicht's mit mir! Reicht's! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Haha! Jawohl! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Kann nicht sein! Ja! Jawohl! Als wenn ich da nicht durchgedüst bin! Nein! Oh mein Gott! Wie ich mich gerettet hab! Wie ich mich gerettet hab! So! So, komm ran hier! Komm noch her! Ja, taust du nicht da rüber, oder was? Nein! Hä? Nein! 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 Radio! Radio! Schnell! Badmobil! Badmobil! Absteigen! Oh! Nein! Oh! Oh! Badmobil! Badmobil! So, jetzt werd ich dich holen Kaspar! Ich werd dich holen! Aha! Ja! Die Ernährungsmin! Er hat sie nicht gesehen! Boah! Nein! Was machst du hier? Sag mal! Nein! Nein, 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 ich bin runtergefallen. Okay, diesmal darf ich die Sohne sogar gar keine Waffen nutzen, sondern nur mein Auto. Was halt auch nicht schwer sein kann. Nein! Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Ich bin vor BMX abgeglitscht und dann ist er so runtergerutscht. Man kennt die. Oh, backflip ich euch rüber. Slalom easy durch. So schnell kannst du gar nicht gucken. Oh, was? Oh, mein Gott, du bist einfach nur unterwegs. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie fährst du? Wie schnell nach oben, wie schnell nach oben. Als wenn du runtergedübt bist. Ich bin runtergefallen. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab dich nur hochklitschen gesehen. Komm, Alter, du bist aber der größte. Oh. Nein. Oh, miese Taktik, ey. Miese Taktik. Ganz mieses Ding. Ganz mieses Ding. Ah. Nein. Schnell. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Oh, ich glaube, das Gesicht ist gefallen. Bitte nicht. Aua. Hä? Hä? Ich bin richtig durch. Ah. Ah. Oh, mein Gott. Das kann nicht sein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, das kann nicht sein. Jetzt hör auf. Ah. Ah. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Nein, nein, nein. Ja. Aua. Aua, aua. Steh auf. Hä? Oh. Hau auf mit deiner Gammelpistole. Nein. So viel zum Thema. Du machst ein schnelles Ding da raus. Das kann... Ey, Mann, ich schaff diesen Sprung hier nicht, Mann. Was soll denn das hier? Ey, 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 ey. Ein... Hä? Mein Billix hat mich gekillt. Ich wollte aufsteigen und dann hat es so auf einmal so aus nichts auf mich geschlagen. Alter. Oh, mein Gott. Alter. Oh, mein Gott. Ey, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Oh, schnell weg. Oh, was kann ich sagen? Schnell weg. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist so knapp. Oh. Oh. Nein, jetzt bleib stehen, Mann. Oh. Was, muss ich hier wieder hin? Oh, nein. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ah. Ich bin hingefallen. Braxel. Oh, Mann. Ja. Ey. Hey. Du Assi. Das war gegen die Spielregeln. Oh. Oh, mein Gott. Meine Mutter aufsteht wieder eins. Ey, jetzt komm schon. Wirklich. Das kannst du keinem erzählen. Das war so. Das kannst du keinem erzählen, ne? Ich weiß, ich versuch hier wirklich. Selbst mein Mutter aufsteht besser als du. So. So. Oh. Ey. Ey, Mann. Ich bin doch nicht mal rübergekommen. Was soll das? Nein. Nein. Ey. Ich mach die Fallfair-Taktik. Was ist das denn? Nein. Nein. Stark. Oh mein Gott. Nein. Gar nicht. Nein. Nein. Hör auf. Lass mich bitte noch einmal hoch. Lass mich bitte noch einmal hoch. Hör auf. Ich bin schon tot. Hör auf. Du spielst doch mit mir. Sag mal. Nein. Jetzt hör doch auf. Ich bin gleich tot. Nein. Digga. Ich mach gleich eine Mine an dich, ne? Wenn du dich jetzt nicht... Ich lass die hochgehen. Ich lass die hochgehen. Lass mich auf mein BMX steigen. Ey, nein. Okay, damit bin ich in Ordnung. Du bist so eine Sau, Digga. Sau, aber wie ein Leben hast du eigentlich? Jetzt. Oh, ja. Oh, nee. Entschuldigung, dass du mich einmal da rauf gehen lässt. Jawohl. Oh mein Gott, ey, weil ich fliege. Oh, als wenn du es schaffst. Als wenn du es schaffst. Okay, okay, pass auf. Oh nein, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht, Boxer. Oh, ab mit dem Ding, bitte. Ja. Ah, hör auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das muss ich nur irgendwie holen. Oh mein Gott. Das ist doch so schwer mit dem Ding. Oh. Nein. Es treibt, oder? Nein, tut es gar nicht. Es treibt nicht. Oh. Ah, der Motorrad. Ich hab dir weg. Sag mal. Wie hält dein Auto aus? So, jetzt einen schönen Quickscope, oder was? Ich quickscope dich. Nein. Oh, dich. Ich werde dich holen, Kasper. Oh mein Gott. Jetzt wird es hier zum Deathrun. Oh. Nein. Richtig. Du bist eine Hexe. Wui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hau ab jetzt. Lass mich das jetzt zu Ende spielen hier. Oh Gott. Nein. Snacks, Snacks, Snacks. Ja. Nein, Mann. Ja. Ja, wir wollen. Ja, wir haben uns auch für die. Du hast auch für die. Nicht schlecht, ey. Ja, hier bitte.